Nach der letzten Nummer könnte man glauben, die Susi mag es nur soft. Nein, ich glaube, Pan, es ist auch anders. Aber im Gegensatz zu ihrem bürgerlichen Beruf, der Bankangestift, gab es einmal eine Zeit, so habe ich erfahren. Da war sie Mitglied von einer Motorradgang. Und ich glaube, im Zuge dieser Motorradgang war sie des Öfteren auf dem Highway 2 Hell. Hier ist ACDC. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.